Hallo, das ist erst eine Woche alt und funktioniert schon nicht mehr. Es ist doch das veraltete C-448er. Lohnt nicht mehr. Keine Updates. Und deshalb habe ich hier für Sie das neue C-449. Nur für kurze Zeit und nur für Sie. Danke. Übrigens, Sie haben gerade das C-450er reinbekommen. Jetzt gehen Sie nochmal zu meinem Kollegen und lassen sich beraten. Ach, ich verstehe schon. Und hier ist schon das neue Modell. Viel Spaß da. Das C-451, das haben wir auch. Die Morgen läuft jetzt so stark, dieses wunderbare Handy. Ist das nicht fantastisch? So, 8,84 Zoll FHD. Nicht nur du zahlst teuer für dein Handy. Du kaufst mehr, als du denkst. Es ist egal, wie schnell sie rennen. Wenn sie zu Hause sind, ist das Ding eh von gestern. Reduziere, repariere, recycle.